So, Brennstoffverarbeitungssteuerung. Ach Gott, Alter. Wurde ja auch nie besser, ey. Das sieht tatsächlich nicht so geil hier gerade aus. Sie haben das Bedienfeld geröstet, um die Dinger auszusperren. Da muss man auch noch anders reinkommen. Man könnte noch durch die Aufbereitungsanlage. Doch die ist für Menschen ungeeignet. Schritt 3. Ich denke, ich kann sie von hier aus abschalten. Okay, tun Sie es. Abschaltung, die reduziert. All die Systeme müssen sich unbewahrt einbringen. Die Schritte. Sie will, dass ich die Schritte einhalte. Halten Sie durch, Stross. Ich bin gleich da. Ja. Voller Herzinfarkt hier, ey. Mann. Why? Okay, komm nicht ran. Speicher. Station. Könnt ihr jetzt auch klasse bei E-E-E-N-Spring spielen, ja. So, hier werden wir schon durch. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, Mann, oh shit. Don't do this. Stress. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit. Jetzt machen wir mal Stress. Aber cool, löst eigentlich. Also. So. Das passiert jetzt, was natürlich passieren muss. Oh, ne Bergbank, jawoll. Oh, ne Bergbank, jawoll. So, what we do. Impulsewehr. 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 Wir haben noch herrlich großartig mal mit den Minen experimentiert. Kapazität, Schaden. Oh, nein, 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 nein. Fünf Stück hier hoch. Ah. Hätt' ja schon Bock zu. Hätt' ja schon Bock zu. Okay. Einmal nachladen. So. So. Okay, wir haben sie fast voll. Das ist auf jeden Fall nice. So, haben wir alle. Ja, ihn haben wir. Haben wir auch alles. Kuckuckuckuck. Oh. Ich scheine in einer Sackgasse zu stecken. Das über mir sieht nach einem Lüftungssystem aus. Richtig. Durch das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Wir müssen das Ding irgendwie geweilsam öffnen. Geweilsam öffnen kann ich. Kann ich super. Nope. Ne, das war jetzt nichts. Okay, cool. Reichen die Beine oder brauchen wir noch mehr? Blut! Warte, was denn? Wie, wo denn? Was ist denn los? Mich wird erwischt. Clark, da sind sie hier. Wie ich sehe, hat ihr Freundin die Anlage lahmgelegt. Ich schulde ihr meinen Dank, dass sie mir ihren Standort verraten hat. Der Verarbeitungszyklus läuft. Und sie stecken mittendrin. Es endet ihr Clark. Nein, das muss es nicht, Haltmann. Doch. Das muss es. Bleiben Sie wohl, Clark. Ja, das ist doch scheiße. Kann ich denn hier unten nicht irgendwie durch? Ey, muss ich jetzt da wirklich... So, vom Boden aus richten. Machen wir mal. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. So. Cool, 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 cool. Oh nein, jetzt gibt es ja auch noch gleich irgendwas. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Mann, oh nein, nein. So, hat der Kind nicht da irgendwo Pakete gesehen? Pakete. Cool. Die haben wir. Und ich muss jetzt... So, richten wir uns mal erstmal aus. Ach so, das ist schon die Ausrichtung. Ne, toll. So, okay, ich muss jetzt natürlich den Schlitten... Treffen, das ist schon die Ausrichtung. Treffen, das haben wir gut. Wo sind sie? Scheiße, scheiße, scheiße. So, okay. So, richten wir uns mal kurz aus. So, okay. Äh, okay. Was ist das denn? Jetzt sieht man irgendwie, da bin ich skeptisch. Kohle, Kohle, Kohle! So, okay, hier haben wir noch einen. So, da müssen wir durch. Wo kann ich den denn steuern? Ach, okay, alles klar. Das muss wieder manuell passieren. Gar kein Problem. Oh, mit Nachladezyklus, das ist natürlich schön. Dann sieht doch wohl nicht so Geld da drüben aus. So, schnell durch. Oh Gott, auch nicht. Oh nein, Alter. Nein! Okay, gut. Den Teifen holt's jetzt erstmal rein, dann können wir das noch nehmen. Oh, echt jetzt? What? Wartet. Wartet jetzt? Ist ich tot? Okay. Mal versuchen, ein bisschen näher ranzukommen. So. So. So, okay. Ja, verstehe. So. So, anscheinend müssen wir den da rausproppen. Oh, schön. Was haben wir denn da? So. Rubin! Fantastisch. Und? Wie? Nee, nicht. Warum denn nicht? Ah! Okay. Hier müssen die angebracht werden. Ist das eklig. Ist das eklig. Ist das eklig. Wie geht's aus? So. Voll. Nicht so gut. Können wir irgendwas fallen lassen? Nö. Lass mal. Lass mal. Lass mal. Oh. Oh, der ist ja krass aus der Raum. Austritt Schwerelosigkeit. Also, ich sag doch mal ehrlich, also die Lichteffekte sind doch wohl mega in diesem Spiel, oder? Also, ich mein, wir reden hier von einem Playstation 3 Spiel. Das ist jetzt halt natürlich jetzt nicht mehr die Super-High-End-Grafik. Aber die Inszenierung, wie das Spiel einfach sich präsentiert, ist ja... Finde ich Grafik schon echt geil. Also, ist... Muss ich sagen... Finde. What? So, ich möchte diesen Energieknoten haben. Gib ihn mir bitte. Nachladen. Take it. Okay, geht nicht. Das ist der einzige Weg. Können wir den hier noch irgendwie ein bisschen... Nope. Bluten geht nicht. Wo geht's da hin? Brennstoff-Druck-Ausgleich-Kontroll-Turm. Ein Glück, dass Sie noch in einem Stück sind. Alles okay? Ähm... Ja. Es sind vier Schritte. Aber nicht wegen ihm hier. Eins, zwei, drei, vier. Schritt vier. Sie wird warten. Jesus, Dross. Alles okay? Es wird schlimmer. Was ist Schritt vier? Wer wird warten? Nach den Schrauben. Nach der Nadel. Wird sie warten. Er wird es nicht schaffen. Wir müssen weiter. Oben gibt es eine Güterbahn, die die gleichen Gleise benutzt wie die Pendlerbahn. Sie bringt uns zum Regierungssektor. Einer von uns muss sie vom Führerhaus aus steuern. Schrauben. Bleiben Sie hier und versuchen Sie ihn auf die Beine zu bringen. Okay. Ach, die Arten Schweine. Okay. Okay. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ja. Hier haben wir eine Kiste. Cash. Money, money, cash. So. Hier haben wir noch... Projektile können wir nicht mehr nehmen. What? What? Ah, das geht hier noch aufräumen. Ach, die haben alle verbarrikadiert. Das macht Sinn. Dereachter. Abschneiden dir. Alles klar. Hm. Wah, geh weg. Wah, geh weg. Wah, geh weg. Wir haben uns. Da sind alles.